Was geht Leute? Mein Name ist Danny Chester Willkommen zurück bei SHELLSHOCK LIVE mit SNAILY STYLES Oh, ich hab ein neues Item Du sagst mal SNAILY, ich heiß SNAILY Es tut mir leid Es tut mir leid, dass ich deinen Namen wegziehe Ich will die Härtefallschneidung Oh nein, du kriegst die Scheidung nicht Oh, was ist das für ein Pfeil? Ich hab nicht mal eine Ahnung Oh, wenn das trifft Das ist einfach nur gelandet Also, hätte das getroffen, ne? Ich glaub, das würde viel Schaden machen Weil das so eine Art Sniper ist Ja, das kann wirklich sein Und deswegen, da das so ein spezielles Item ist Ähm Hast du zu viel Overwatch gespielt Ja, genau Zum einen das, aber Du wirst schon gleich sehen, was auf dich zukommt Weißt du was, du wirst gleich sehen Was auf dich zukommt, mein Freund Das ist ein Hoverball Ich schwör's dir, den hab ich sogar einmal handsigniert Ja Dann wird er schön in deiner Äh, aber du weißt schon, wo ich stehe Äh, pssch, pssch, pssch Du weißt aber schon, wo ich stehe Ich find das voll geil, Alter, wie das Oh nein, ist wieder der Pfeil? Ja Jo Wow Okay Woher hast du den Pfeil? Ich hab keine Ahnung, er ist einfach dort Er war einfach in meinem Inventar Ist das dein Ernst? Ja Welchen Indianer hast du denn getötet? What the fuck? Ich hab sieben Leben noch Ich hab das niemals im Leben gedacht Sieben Leben hab ich noch 100 Lema Hättest du kein Schild Wärst du sofort tot Jo, das ist ja richtig ranzig Ich kann das nicht glauben Und das Ding ist Level 1, ne? Jo, das ist richtig ranzig Das ist sehr ranzig Bin ich gut geschützt diesmal? Äh, ich glaub eher weniger Oh, ja Du bist normalerweise tot Ciao Bye bye Sagen alle tschüss zu Snyli Hallo Hallo Snyli Du bist echt groß Du bist ein großer Mann Ja Der e-Mainchild schon auf die Flasche bekommt Du kriegst gleich... Okay Nicht hauen bitte Nicht im Realer vor Nein, nein, nein Wir sehen das nächste Runde Wir tragen das jetzt nächste Runde aus, Junge Ja, okay Komm her, komm her Okay, bist du bereit auf die Schnauze zu bekommen wieder? Warte Oh Ja, genau Ups Das ist so ein Scheißdeck, ne? Hau mir jetzt mal bitte auf die Schnauze Komm Ich warte auf den Schuss Komm Weißt du was? Ich hab ne sehr gute Idee Okay, okay Zeig mir deine Idee Bist du sicher, dass du sie sehen willst? Ich will sie so hart sehen, Junge Ich wollt noch nie eine Idee so hart sehen Das wird nicht klappen, Alter Ja, ja Ich will deine Ideen zeigen Du sollst kreativ sein, mein Freund Ich motiviere dich kreativ zu sein Nein, ich kann nix machen Es ist so dreckig Greif mich doch an Schlag mich, komm Ich geb dir den ersten Schlag War das jetzt schlimm? War das jetzt okay? Ich hab dir ne kleine Grube gebaut Ja Und hätte ich jetzt ne Granate gehabt? Ja Was vom Arsch Okay, dann bist du jetzt im Oh, oh Oh, schrift ich das? Ich glaub es sollte dich Eins? Na, mal schauen, vielleicht erst dreimal Ja, ich hab mir dreimal Scheiße, okay Okay, nicht schlecht Danke für dein goldenes Medaillon Und, ja, das hat mir ganz gut gefallen, ne? Okay, okay, okay Und auf das nächste Item wirst du dich alles andere als freuen, ne? Was hast du als nächstes Item? Sag ich dir gar nicht Du hast die Scheiß Guppis! Ach nein Ach nein Diese Kack-Kaulkwappen da Nein, nein, nein Oh mein Gott, ey Dann mach mal, ne? Ja, ich treff dich jetzt Mach mal Ja, ich töte mich lieber jetzt Oh Ja, nicht ganz, ne? Zum Glück sind wir im Video Und das bedeutet Oh, das wird wehtun War so kacke Ich hab das Gefühl, das wird wehtun Oh nein Oh nein Okay, aber ganz ehrlich Das war nicht so wie geplant Also es war, okay Es war nicht so gut, aber egal Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier rauskommen soll Aber ich kann mich nicht bewegen Ja, du bist halt am Arsch, ne? Du bist im Arsch Schon wieder? Okay, ich versuch die Bisschen brennen zu lassen Okay, das ist nicht schlecht, muss ich aber sagen Aber diesmal Du weißt ja, meine Granate hat ja nie getroffen, ne? Bist du jetzt froh, dass du eine Granate einmal in deinem Leben treffen kannst? Und, äh, jetzt, äh Äh, dass du jetzt witzig hast, dass du die nicht getroffen Jetzt hat meine Granate einfach mal kurz getroffen Kein Problem Hätt ich mich getroffen, hätte ich so hart gelacht, Junge Weißt du was, ich trinke erst mal meinen Kaffee Trink deinen Kaffee Mmh Lecker, lecker Schmeckt richtig gut, Alter Lecker, lecker Okay Warte, ich anlockere gerade ein paar Sachen Oh Hast du lecker gesagt? Ich hab lecker, lecker gesagt Der ist wirklich richtig lecker Oh, ich hab ein neues Item Was denn? Oh mein Gott Das reicht mir schon mit deinen neuen Items, Junge Doch, das ist ganz gut Und ich weiß, dass die Granate Die Granate wurde verbessert Allerdings in, ähm Ne, war das die Granate? Ich weiß nicht, ob das die Granate war, wie auch immer Okay, mach bereit Wie, die Granate? Deine Granate, die die sowieso nicht trifft Die jetzt ein einziges Mal getroffen hat Mach bereit, mach bereit Mach bereit, du schlechter Mensch Ich, ich, ich Ich bestrafe dich jetzt Ey, ich, ich bin kein schlechter Mensch Oh, fang ich an? Nein, ich fang an Ich hasse es, Alter Ich fang an Ich fang an Ich hasse es so hart Okay, lass mich mal meine Items sehen Ah, ich sehe meine Items Okay Uh, das probier ich Das probier ich Das probier ich Definitiv Wenn das klappt, dann wäre das das beste Video ever Und dann wird das Millionen Likes haben Was? Ich suche gerade meinen anderen Schuh Oh Weil du mich dann verfehlt hast Ich weiß nicht, wo mein anderer Du suchst deinen Schuh? Ja, egal Pass auf Wie suchst du deinen Schuh? Okay, ich denke, du hast Wieso trägst du zu Hause Schuhe? Okay, wenn das trifft WTF? Wer trägt zu Hause Schuhe? Wenn das trifft, dann likest du das Video Und wenn das nicht trifft, dann likest du es trotzdem Okay Ähm Was? Wer sagt das? Ich weiß nicht, so würde ich sagen, oder? NEEEEEEEEEEEEEEEIN Ey, das war die einzige Minute Ich finde mein Schuh nicht Applaus Ich hab mein Schuh gefunden Ey Wieso brauchst du einen Schuh zu Hause, Junge? Was ist los mit dir? Ey, sorry, Alter Welcher Mensch trägt Schuhe zu Hause? Welcher Mensch? Komm Wow Das sind keine Schuhe, das sind... Egal Okay, mach jetzt Von Kindern in Afrika Okay, ich verstehe das Das sind keine Schuhe, okay Mich nervt das gerade so sehr Das hat dich getroffen Ja, erstmal das Maul voll nimm Vor allem, jetzt kriegst du auf die Schnauze Okay, ich bin ges... So, du kriegst das irgendwie nicht ganz hin, ne? Dieser Schuss war ein Joke Ich war da nicht mal hellwach Ich muss das loswerden jetzt Okay, kein Problem Warst du da wirklich gar nicht hellwach, oder? Oh nein Scheiße Nein, ich war gar nicht hellwach Oh, das gefällt mir sogar sehr gut Oh, verdammt Oh, was? Das ist Level 2? Ohhhh Wird dir etwa 50 Schaden gemacht? Einer davon Oh ja, genau Das macht sowas von keinen Sinn, ne? Oh mein Gott Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee, was ich einsetzen werde Ich auch Oh Fireworks Ich weiß nicht Bitte, bitte treff Oh nein Easy Easy Es tut mir leid Es tut mir leid Ich hätte es wirklich nicht erwartet, muss ich sagen Ich hätte das nächste Runde so ermordet Weißt du was? Diese Kiste, die auf mich gefallen ist, ne? Ja Die hat mir diesen Arrow gegeben War das bei mir dann auch so? Ich weiß das nicht Wenn ja Oh ja, ich hab ne Waffen freigeschaltet Wenn ja Man sieht voll unten unser Chat Das ist voll Wo? Welcher Chat? Mache Pipi, du Bastard Lol Ich liebe dieses Ding Ich liebe dieses Ding Und damit meine ich mein Ding Dein Ding Hahahaha 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 Okay, mach mal eins Hahahaha Ja, und wow Deine Antwort Deine Mann Hahahaha Wow, wow Beste, du 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 okay Du bist ein guter Mann Ich find's witzig Die Leute denken, wir sind richtig gay, Alter So richtig gay, Alter Aber du vergisst noch eins Was denn? Oh, ich hab der... Okay, ich hab dein Lieblings-Item. Oh nein, du hast diese scheiß Fröche, ne? Ich hab dein Lieblings-Item. Ich hab dein Lieblings-Item. Ich hab... Der Lieblings-Item. Oh, das wird nicht ganz möglich sein, denke ich. Nö, das wird nicht ganz möglich sein, aber... Oh, ich hab so... Ey, Digger, ohne Scheiß, in der nächsten Runde... Soll ich dir sagen, was ich habe? Nein. Nein, ich sag's dir nicht, das ist so eine Überraschung. Das ist dieser Überraschungseffekt, der reinkommt. Ich mach jetzt einen Scheiß-Effekt. Das Gefühl hab, dass ich ihn nicht treffe. Oh, shit. Oh, mein Gott. Das Ding hat getroffen? Heftig, Alter. Was war das denn für ein Aising? Diese Runde sieht ganz gut für dich aus, muss ich sagen. Wieso? Ich bin in einer Scheiß-Grube drin. Ja, stimmt. Wow, rest and peace. Jungen, guck mal, wie viel Schaden die Kack jetzt macht. Hey, hey, hey. Wow. Hey, hey, hey. Sei nett zu Ihnen, sei nett zu Ihnen, sei nett zu Ihnen. Wow. Das war nicht so viel Schaden, okay? Hey, also jetzt komm mal runter, außer ich von deinem Tripple. Ich hab noch 57 Leben. Ja. Und du musst ehrlich sein, du hast geämt wie Scheiße. Ich hab geämt wie Scheiße, ja. Du hast geämt wie Scheiße. Ich hab geämt wie Scheiße, auf jeden Fall. Und ich hab einfach noch 57 Leben. Ja. Weil du geämt hast wie Scheiße. Gebe ich zu. Wow. Kein Problem, gebe ich definitiv zu. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen aufs Glück. Ja, das mach ich auf jeden Fall. Bouncepload hab ich nehmt. Oh, nein. Bitte. Okay, das ist aber nicht so schlimm, finde ich. Bitte lass den Scheiß treffen. Oh mein Gott. Das kann treffen, das kann trotzdem treffen. Das kann trotzdem treffen. Nee, das trifft nicht. Okay, okay. Das trifft nicht, du weißt doch. Bei mir trifft sowas nicht. Ich bin schwarz. Oh, das wäre... Das ist ein Fluch, Junge. Das ist ein Fluch und ein Ding. Ich mach mal so. Oh nein, nicht diese Kacke. Okay, 10 Schaden. Okay, ich leb damit. Ich leb damit. Warte, es kann doch kommen. Das reicht schon. Es braucht nicht zu kommen, du kleines Arzt. Oh, yes. Oh, nice. Okay, das hab ich erhofft. Hab ich mir richtig erhofft. Weißt du was? Äh, ja. In dein Maul. In dein verkacktes Maul. Oh, bitch. Junge. Oh mein Gott. Das hat echt richtig weh, Alter. Weißt du was? Ich hoffe sogar, dass es wehgetan hat. Ich hoffe, es hat richtig, richtig hart wehgetan. Wirklich. Es hat wehgetan. Oh. Oh mein Gott. Bitte kannst du damit aufhören. Nein. Bitte kannst du damit aufhören. Wirklich. Komm schon. Alter. Nein. Ich nutze meine Chance nicht. Ich... Oh. Ich kann dich easy töten. Aber ich nutze es nicht. Hat man den Kindern in Afrika geholfen und jetzt greift man sie an. So ist das halt das Leben, ne? Das Leben ist hart. Ja, genau. Das Leben ist hart und ungerecht. Oh nein, damit kann ich sterben mit Doppel Damage. Nein, das bounced ein bisschen. Deswegen hab ich hinter dich gezielt. Oh. Oh shit. Oh mein Gott. Ich dachte, vielleicht rollt es dann auch bis zu, weißt du? Ich glaube, warte, lass mich kurz überlegen. Du hast ja dein eigenes Grab geschaufelt. Ja, ich weiß, dass ich jetzt tot bin. Warte, ich überlege kurz. Bist du tot oder bist du? Bist du tot, ne? Also 2 zu 1, ne? Ich bin tot. Ich bin tot. Also es geht bis 5. Wir machen höchstens 5 Spiele. Und bei 5 Spielen ist das Perfekte, dass es eine ungerade Zahl ist. Das bedeutet, jemand hat immer einmal mehr gewonnen. Ich hab zweimal gewonnen, du hast einmal gewonnen. Wenn du jetzt nochmal gewinnen solltest, dann wird es so sein, dass wir 4 gemacht haben. Und dann hat 2-2 und dann der letzte bestimmt, wer die Folge gewonnen hat. Okay? So machen wir das immer. Auch auf deinem Kanal. Ich hab kein Wort verstanden. Ah, irgendwie 5 Runden. Okay, best of 5. Ja, best of 5, genau. Mehr an nichts. Habe ich das falsch erklärt? Du hast es kompliziert erklärt. Anstatt einfach best of fucking 5. Ah, das ist gerade ein bisschen... Warte, 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 warte mal ganz kurz. Willst du mir in die Fresse rum? Ich hab Arrow. Ich schwör, ich hab Arrow. Ja, schieß den jetzt. Nein. Ich schwör, ich hab Arrow. Walla, ich hab Arrow. Können Sie bitte einfach deine Schnauze halten? Schnauze? Wow. Wow. Du hast 2 Errors mehr. Ich hab 100. Nein, keine. Ich hab mich selber getroffen. Kein Problem, wir haben das Spiel. War klar, dass du mich damit nicht... Oh shit, da kommt noch einer hoch. Viele da voll am Hochkommen, ne? Lol. Wollte ich auch sagen. Äh, warte, die Mitte ist... Ich muss irgendwo hin, warte. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, ey. Es ist so leicht. Du bist so scheiße gerade. Also eine scheiß Position, ne? Ey. Allgemein bist du auch. Mein Herz, hallo? Okay, ich tue mir leid, Schatz. Oh nein. Das war, ähm... Hör auf mit dem Scheiß. Voll in die... Oh. ...Fress of Shat. Nein, nein, nein. Lies den Chat nicht. Lies den Chat nicht. Oh man, das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist kein Glück. Das ist Schicksal, mein Freund. Das ist Schicksal. Mehr als nur Glück. Das bedeutet Greenpeace und was weiß ich, hat einfach genug Geld gesammelt, um die Kinder in Afrika zu beschützen. Ja. Ist klar. Ja, nimm das. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin mit dem Scheiß Ding drin. Oh mein Gott. Das kann ich nicht glauben. Du hast nicht aus dem Scheiß Ding rausgeschlagen. Ich hab dich sowas von rausgeschlagen. Ey, den Sieg hab ich mir echt verdient. Also wenn ich jetzt gewinne. Wow, du hast dir gar nichts verdient, Junge. Ich hab's mir echt richtig verdient, dir zu gewinnen. Weißt du, was du verdient hast? Was denn? Ich hoffe, das Ding trifft. Ich kann das Ding nicht immer so schwer einschätzen. Ja. Nein. 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 Oh, das war richtig knapp gewesen. Oh mein Gott. Aber jetzt gehöre ich mal ein bisschen Spaß. Oh. Fick dich. Oh. Leid. What? What? Ey, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wirklich. Ich kann nichts dafür, dass du so scheiße aimst. Ich kann dafür einfach nichts. Ey, ich kann's nicht glauben. Aber weißt du was? Jetzt bin ich sauer. Das kannst du glauben. Bitch. Ja, das trifft ich ja jetzt auch keine Kunst, ne? Aber eigentlich hast du mir mehr geholfen als alles andere. Wieso? Weiß nicht. Ja, tschüss, ne? Ich bin mal... Ich lebe noch. Wie viel Leben hast du noch? Loll. Ich hab noch drei Leben. Ja, dann tut er mich lieber jetzt, ne? Ich hab noch Zeit für ein Comeback. Also, pscht. Ja, hast du auch. Nichts ist unmöglich. Ich trinke dir mal meinen Kaffee. Ne, ich schau dir zu. Ja, ja. Schau mir mal zu. Das wird mein Comeback. Erstmal gut 30 Damage gemacht. Und jetzt darfst du nicht treffen. Hör mal auf zu treffen. Treff mal bitte nicht. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich wollte eigentlich nicht treffen. Es tut mir leid. Ich wollte wirklich eigentlich nicht treffen. Oh, ja. Ich hab gewonnen. Wir nehmen jetzt allerdings noch eine Folge für seinen Kanal auf. Warte, hast du schon dreimal gewonnen? Ja. Ich hab doch einmal gewonnen. Ja, ich hab dreimal. Wirklich? Habe ich dreimal? Ja, ich hab dreimal gewonnen. Waren das schon vier Runden? Äh, ja. Land 5 Bamba Skills Shots. Cool. Das waren... Warte, waren das... Ja, das waren drei Runden. Ja. Vier Runden. Du hast drei Runden? Okay, ich bin nicht entfährt. Tja, also, äh, lege da bitte Schreibtisch rein. Wir machen jetzt noch eine Folge für seinen Kanal. So geht da gleich vorbei und dann sehen wir uns dort wieder. Also, willst du noch was sagen? Wow. Eine Folge mehr? Okay. Schauen wir uns doch noch ein bisschen die Links. Wenn es dir gefallen hat, dann sag ich mir. Badass, du bist so, like das Video. Ciao. Auf meinem Kanal vorbei. Mehr Videos sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie da jetzt. Um unseren Nachrichten bei Dich. Im nächsten Video wiedersehen. Dann sag ich mal noch. Drei, zwei, eins. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.